Hallo, vorsichtig, habe ich gesagt, wie oft soll ich es dir denn nachsagen? Ähm, das war jetzt gerade ein bisschen unklug von dir. Warum drückst du den weg? Aua. Oh, ich habe immer 10 schlechten Graden im Hals gehabt. Geht immer ja nicht klar. Ey, wieso können die überall rüberspringen? Wo haben die die ganzen Federn hier? Seid ihr, die haben alles. Ein Waffenabendell vom feinsten. Fetteste Technologie und ein hoher Settungszielfall. Neuster Bau mit einem Carbon-Modifikator. Ach, keine Ahnung, scheiß drauf. Und... Fett und nicht so Explosion. Franzi, würde ich jetzt sagen... Ach, ist das tief. Hehehehe. Ach, ja. Ich kriege mich nicht mehr ein. Ach doch, ich kriege mich ein. Haha, 3 Punkte nur. Bist du schlecht. Das ist trotzdem... Das ist trotzdem weiter. Passt mir immer noch nicht. Muss ich den Namen passen an die Fresse hier ballern oder was? Okay. Und... Okay. Okay. Pils? Das war doch gerade ein Pilski, wieso habe ich mich verguckt. Ja, ich hätte mich doch wirklich verguckt. Ah, meine Augen sind nicht mal gut. So gut. Ich weiß noch, wo es links und rechts ist. Und hier lang, hier lang. Und fahren. Fahren, fahren, fahren. Und zügig. Hey, ich lieb mir mal nicht an die Färze. Mach auf so drängeln hier, Mann. Ja, das hast du nur nach vorne. Ja, du fettest Stück Scheiße. Wurft mir auch nicht in die Färze fahren. Und deine Bananen brauchst du jetzt recht nicht werfen. Und wirst du sowieso nicht in die Färze fahren. Düm, düm. Haha, und ich bin durchgekommen. Ihr nicht, ihr nicht. Hilang, Hilang. Hilang, Hilang. Punkte, Punkte, Punkte. Immer nur Punkte sammeln. 18 Punkte habe ich schon mal passiert, wenn ich 100 habe. Immer, immer, der Roten Pansam aufhören, der ist extrem wichtig. Weil der kann nämlich Gegner verfolgen, während der Grüne einfach nur sinnlos geradeaus liegt. Mit 120 Stundenkilometer pro Sekunde. Ähm, ja. Okay. Die Banane dazu, dass man sich mal ein bisschen im Kreis dreht, also ausrutschen tut. Der Pilz ist dafür da, dass man sich schrumpfen wird. Ich verstehe so, wie... Ey, ich könnte mir sowieso mal so rumforschen, wie die sich diese Scheiße anstellen. Was für hell ist das denn er? Hä, aber es ist gut, dass ich mich davon absetzt. So, ähm, Melina. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht machen muss, aber du kriegst jetzt einen Mittenpanzer in deinem Muschi. Ey, fahr mir mal nicht weg hier mal nicht. Ich wollte dich abschießen. Du, lass uns spielen. Mann, ey, was machst du denn? Und zügig. Und zügig. Zügig, Mann. Ey, die sind mir dicht auf den Ferse, also mach Lack jetzt hier. Ich habe keine Zeit. Zügig. Genau, hier lang. Nein, nicht so lang. Vorsicht. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Und drüber reingedriftet. Mann, Alter. Kacke. Mann, die Handding von manchen Pfarrern ist so verknackt. Dem, dem. He, he. Ach, ist das süß. He, he. Äh, Resultate? Oh, 92 habe ich mir dieses fucking Level gebraucht. Egal, das waren die 9 Punkte wert. 33 Punkte. Hm, naja, was sollt. Das kann ja besser werden. Jetzt kommt... Final Bonnie. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Speed. Lass dich nicht erwischen. Oh, drein gefahren. Wer ist reingefahren? Oh, ich bin reingefahren. Äh, hallo? Ey, Mann, die sind mir alle füße. Ey, was haben die denn vom Motor? Mal, da, wenn ich bin, diese erwische. Ey, der soll mir mal ein Auto zum zusammenbasteln und zusammenschrauben. Ich will auch so eine fette Karre haben. Ja, siehst du, dann muss ich mich vorbewegen mit so einer Kacke hier. Verpiss dich mit deinem Ei. Pit. Schau. Hall, ey. Ja, spring mal auf mich rauf, ey. Dann bin ich erst recht, oder? Dann kannst du Lager angeben, Oma. Äh, gut. Schön zu wissen. Ähm, ja. Und? Du bist reingefahren? Oh, ich werde jetzt so gerne über die Ruhe gefahren. Melina? Tut mir echt leid. Aber ich werde jetzt so einen dermaßen fetten Headshot verpassen. BIM! Bah, hast du eine bekommen. Okay. Ähm. Ich glaube, Mareike ist wieder groß geworden. Ähm. Ey, warum ist die so schnell, Mann? Fahr doch rein, ey. Haha, das hast du gedacht, da? Mann, ich bin ein besserer Fahrer als hier alle zusammen. Was wollt ihr von mir? Ähm, ja. Äh, ja. Okay. Tumping Flags! Ey! Och, Mann, da war doch schon mein Pilz gewesen. Äh, mein Blitz gewesen. Mann, ich hätte alles vernichten können. Ey, überfahre mich mal nicht. Hallo, ich will mal groß werden hier wieder. Ey, hallo! Ich werde dieses Rennen nicht verlieren. Ich werde dieses Rennen nicht als letzter abschließen. Ich werde fünfter werden. Ich werde fucking fünfter werden hier, Mann! Mann, Pussy, Mann, Alter! Diese blöde Pfotte. Die mit dem perfekten Pilzen. Du hast Pilze da unten, ey. Du hast richtig Fußpilz. Ja, warte mal ab, Alter. Zeig mich bitter, Rischen. Mal pisst euch alle. Weg da! Weg da, hätte ich gesagt. Gut, schön. Weg da, weg da, Mann, du Hund! Die Pfotte schnappig mir. Alter, wo ist die denn hin? Ich werde ich mir richtig fortklöpfen, Alter. Für die Frischheit. Ich werde dich so misshandeln jetzt. Mir reicht nicht, ich hab die Schnauze voll von dir. Und jetzt noch mal mit fetter Geschwindigkeit. Ah, was zum... Ja, hier fick... Fick dich! Weg dich mit dem grünen Panzer abschießen. Das ist noch besser. Weil ich noch zielgenauer bin. Fahr mir nicht weg, Mann, Alter. Dreh mir nicht den Rücken zu. Risch hier wütend jetzt hier. Ja, die sind jetzt, was ich meine. Und weg jetzt hier. Kein Bock mehr auf diese Weg hier. Ja, wer ist drin gefahren? Cooper, wie ja immer. Ey, verpiss dich! Boah, mir habe ich das erwischt. Ey, geh, natürlich. Kannst du nur noch Knallen hören. Wer drunter ist nicht überhaupt. Ey, wer drunter ist nicht da? Ey, Leute, sag mal was. Nein, ich werde nicht noch mal verlieren. Nicht noch einmal. Nicht noch einmal. Dieses Mal nicht. Diesmal werde ich als erstes abschießen. Nein! Diese fette Mistschlampe, Alter. Oh, ne Pferde, Alter, mal befolgt mich hier noch aufrege. Geht mich wieder eine Stopp hier. Ja, mich brust du jetzt an, ihr anzfängen, Alter. Ja, recht, die ganze Wichse hier schon wieder. Schon wieder sauer. Aber was wird die so eine fucking Pizze legt, ey? Oh, komm, nochmal fertig mit der Wichse. Hier, rettet ihr, Alter. Ja, blim, 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 blim. Fick dich. Schon sagen, ey. Ich bleibe trotzdem erster. Ich bleibe ungeschlagen. So, weiter. Dum, 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 dum. Oh, tot hat sein Mund offen. Bam, abgeschossen. Eines Verlierers wurde. Hä, was sagst du denn? Ja, na klar. Es kommt eine Bohnen aus der Flasche. Natürlich. Eine Bohnenranke. Äh, Hannu, Zizi. Äh, Flower Cup Race Toad wins Gold Race. Äh, Franzi wins the Gold Great Race.